Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen heute hier bei Hunter & Krohn. Und es ist eine besondere Folge, auf die ich mich auch schon sehr gefreut habe. Ihr habt es eventuell natürlich auch schon im Thumbnail und in der Beschreibung gesehen. Es ist Interviewzeit oder ich würde sagen lockeres Gespräch. Und zwar habe ich den guten Wolfgang Warsch aus Wien jetzt gleich hier zu mir ins Studio geschaltet. Eine Sache, die in dieser herausfordernden Zeit sicherlich positiv war, dass der Umgang mit digitalen Medien und Live-Videoschaltungen und sowas sich stark ausgebaut hat und der Umgang mehr oder weniger für jedermann erschwinglich geworden ist. Und deswegen vielleicht mit einem kleinen Tropfen am Auge, schwerem Herz, nicht hier live bei uns im Studio, aber halt live dazu geschaltet. Das ist der gute Wolfgang. Hallo Wolfgang erstmal. Schön, dass du dabei sein kannst. Hallo Alex, grüß dich. Schöne Grüße aus Wien. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt hier. Freut mich. Wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr schön. Wir haben es ja zum Anlass genommen, Schmidtspiele, da hast du jetzt aktuell einige schöne Neuheiten rausgebracht. Da werden wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs mal drauf eingehen. Ihr seht hier schon einiges vor mir stehen. Keine Angst, da werden wir noch in Genüge zu sprechen. Und jetzt wollen wir aber erstmal so ein bisschen warm werden mit dir, ich mit dir natürlich und auch unsere Zuschauer. Und da mache ich immer gerne so ein bisschen so ein Entweder-oder-Spiel. Ich werde dir jetzt gleich sieben Auswahlmöglichkeiten hintereinander sagen. Und du sagst quasi einfach nur das Wort, was von dieser Auswahlmöglichkeit dir am besten gefällt. Wenn du möchtest, tue ich das auch gleich. Ich mache also mal vielleicht das erste Beispiel, damit du verstehst, um was es geht. Also entweder Haustier- oder Staubsaugerroboter. Und ich würde da klar Haustier sagen. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du da sagen? Bei mir ganz klar Staubsaugerroboter. Okay. Zwei Kinder zu Hause, Haustier-Reichen, es ist immer dreckig. Also ganz klare Antwort. Wunderbar, wunderbar. Was ihr dann aus diesen kurzen Antworten für ein Profil erstellen könnt, das sei euch überlassen, Wolfgang. Ich habe da auch meine interne Auswertung. Müssen wir mal gucken, ob du nachher als Serienkiller oder Familienmensch rauskommst. Werden wir mal sehen. Also wir machen weiter. Hackbraten oder Salat? Wolfgang, jetzt du einfach als erstes. Salat. Ja, ich bin dann auch mittlerweile Salat. Lassen wir so stehen, gehen wir gar nicht weiter darauf ein. Würfel oder Karten? Oh, das ist eine schwere Frage. Ha, eher Würfel. Eher Würfel? Ja, da würde ich auch schon sagen, Match, bin ich auch bei Würfel. Mal gucken, vielleicht sind wir nachher auch das perfekte Liebespaar, wenn wir durch sind hier. Dann Thema, MacBook oder PC? PC, also MacBook Disaster, könnt ihr gar nicht verwenden. Also es wird immer besser. Ich merke jetzt schon, das wird das beste Gespräch dieses Jahres. Ich bin auch Fraktion PC schon immer gewesen. Sport oder Sportschau? Sport. Ich bin einer, der sehr wenig selbst im Fernsehen Sport schaut. Generell aber auch nicht viel Sport macht. Also wenn ich schon die Qual der Wahl habe, dann wäre ich Sport oder Sportschau. Ja, wunderbar. Und gerade hier im Paris Open gestern Abend, Viertelfinale, Fünf-Stunden-Match, das habe ich mir anschauen müssen. Also da bin ich patriotisch genug, dass ich dabei bin. Aber es war ein Desaster. Da bin ich dann auch wieder auf Fraktion Sport. Ich gucke mir auch gerne mal sportliche Sachen an, aber versuche natürlich auch diese sportlichen Aktivitäten ja auch in dieser Zeit natürlich aufrecht zu erhalten. Dann weiter. Kino oder Streaming-Dienst? Naja, aktuell Streaming-Dienst generell, ja, dennoch überhaupt, ja, mehr Streaming-Dienst. Solange die Kleinen da sind, frühe Kino, jetzt Streaming. Okay, okay. Da würde ich denn doch wahrscheinlich meine Tendenz immer noch mehr in Richtung Kino geben. Ich habe ja auch einige Zeit im Kino gearbeitet und natürlich Streaming-Dienste sind bei mir auch vorhanden, aber sage ich so. Und das jetzt sind noch meine Note, das ist jetzt für das sozusagen psychologische Profil nicht mehr ganz entscheidend, aber für mich wichtig. Star Wars oder Star Trek? Oh, das ist Sophie's Choice. Ja, früher Star Wars nach den aktuellen Filmen, jetzt muss ich sagen Star Trek. Okay, ich kann das sogar gelten lassen und wir können das Gespräch hier auch weiterführen. Ich würde auch immer noch sagen, Star Wars auch allumfassend in diesem Universum und was es da auch gibt, auch gerade zum Beispiel im Bezug Brettspiele. Ja, Star Trek Tendency glaube ich ja auch ein cooles Spiel, aber sowas wie Star Trek X-Wing, da schlägt mein Herz schon noch mehr. Und ja, natürlich, das Ganze ist eine schöne, märchenhafte Geschichte, aber das ist ein anderes Thema, was Disney damit macht. Wunderbar Wolfgang, dann sind wir sozusagen diesen etwas vielleicht, naja, ganz so persönlich war es ja jetzt nicht, aber ich denke, vielleicht könnt ihr euch ein Bild dadurch besser machen, wie denn der gute Wolfgang hier so tickt. Und das bringt mich natürlich auch schon immer wieder zu so einem vielleicht für dich ewig leidigen Thema, aber gehen wir davon aus und selbst ich bin davon nicht befreit, immer mal auch Sachen zu vergessen oder vielleicht habe ich es auch noch nie angefragt. Interessiert es mich natürlich, wie so deine Anfänge waren. Wir haben uns nicht nehmen lassen, mal ganz kurz im Internet zu schauen, was da so über dich geschrieben wird. Da will ich gar nicht so viel wahnsinnig drauf eingehen. Da ist mir nur so Worte wie Mikularbiologe, die ich schon nicht gerade aussprechen kann. Also der kleinste Biologe der Welt sozusagen, ins Auge geschossen. Genau, das ist die perfekte Wiedergabe. Ja, aber wie sieht es denn eigentlich so mit deinen spielerischen Anfängen aus? Also wann bist du das erste Mal mit dem Thema Brettspiele in Berührung gekommen und dann natürlich auch die interessante Entwicklung, wann kam dieser Schritt im Thema Spiele-Designer, Spiele-Autor zu werden? Also erster Kontakt, ich nehme mal an, so wie alle Kinder der 80er Jahre oder späte 90er Jahre. Ja, es ist einfach zu Hause gespielt worden. Es hat einfach gegeben Schnapsen mit der Oma. Also Schnapsen, ich weiß gar nicht, was das Pendant dazu in Deutschland ist. Einfach ein Stichkartenspiel. Schach, DKT, Mensch, ärgere dich nicht. Also die ganzen Klassiker hat es bei uns immer zu Hause gegeben, sagen wir in der Zeit vor Nintendo. Wir haben in Österreich genau zwei Fernsehprogramme gehabt, OF1, OF2. Da war es einfach gängig, dass man zu Hause spielt. Harte Zeit. Ich habe jetzt aber allerdings nie wirklich, wie soll ich sagen, es hat sich nie ergeben, dass ich richtig so Hardcore-mäßig zum Brettspielen begonnen habe. Wir haben immer gerne gespielt, auch in der Familie. Ich habe dann auch die Siedler gekauft, die wir öfter gespielt haben, wo sozusagen der erste Schritt Richtung modernes Brettspiel war, auch bei uns in der Familie und im Freundeskreis. Aber im Laufe der Jahre, man hat sich halt vielleicht zwei, dreimal im Jahr mit den Freunden getroffen zum Brettspielen und dann waren es meistens Partyspiele, dann doch vielleicht mal Dominion, aber recht viel öfter nicht. Dennoch hat es mir einfach gut gefallen, Brettspiele. Und der Start mit Spiele-Design hat gestartet so mit 17, 18 Jahren, sowas in der Richtung. Und zwar wirklich im Prinzip eigentlich nur eher aus der Langeweile heraus. Klassisch verregneter Sonntagnachmittag, mir war langweilig. Ich habe vor kurzem einen Billiardtisch gekauft mit einem Freund von mir, einem alten, den haben wir restauriert, der ist bei mir zu Hause gestanden im Zimmer. Ich habe mir gedacht, ach, wäre doch witzig, aus dem Billiardtisch ein Brettspiel zu machen. Und daraus ist es eigentlich entstanden. Ich habe mich halt einfach hingesetzt und habe überlegt, wie könnte man ein Brettspiel daraus machen. Und ich habe einfach Gefallen daran gefunden, an dieser Denkarbeit, die man dabei hat, wenn man ein Brettspiel entwickelt. Dass man im Prinzip kein Material braucht und gar nichts. Man entwickelt einfach was im Kopf und kann einfach nur zwei Stunden vor sich hinstarren. Und hat am Schluss etwas im Kopf entwickelt, das, wenn man es dann zu Papier bringt, tatsächlich eventuell funktioniert, andere Leute spielen, Spaß daran haben. Und ich habe einfach den Prozess gemacht, diesen leicht mathematischen, den leicht logischen, aber doch letztendlich dann auch beim Basteln wieder ein bisschen kreativen Prozess. Und habe einfach Gefallen daran gefunden. Ich habe dann auch meinen ersten Prototypen gebastelt daraus. Den habe ich gemacht auf einer Holzplatte, auf einer Spannholzplatte mit eineinhalb Zentimeter Durchmesser. Die war bei uns am Dachboden oben. Ich hatte keine Ahnung, wie man Prototypen macht. Ich habe mir gedacht, ich will ein großes Holzbrett oder ein großes Brett und habe das hergenommen. Das Teil hatte ich ungefähr drei Kilo gehabt oder mehr oder fünf Kilo. Ich habe das dann per Post an einen Verlag geschickt. Ich weiß nicht mehr, welchen. Jahre später allerdings habe ich ein Interview gehört in einem Podcast, wo ein Verlag, eben dieser, ein Redakteur, darüber gesprochen hat, was er denn für schreckliche Prototypen unter anderem bekommt. Und da hat er erzählt, dass das Schlimmste, was je war, war, dass er von der Post mal einen Anruf bekommen hat. Er möge doch ein Paket abholen. Es ist dort irgendwie ein fünf Kilo Holzteil angekommen. Ich habe das gehört und dachte, hey, geil, das war ich. Seitdem hat sich hoffentlich mein Prototyp Basteln ein bisschen verbessert. Naja, letztendlich aus dem Spiel ist nie was geworden. Kürzen wir es ab. Ich habe dann dennoch immer wieder das Hobby ein bisschen betrieben und habe dann einmal die Idee gehabt, eben ein Partyspiel zu machen. Das habe ich dann an den Zock Verlag geschickt und aus dem ist dann mein erstes Spiel Dream Team geworden, das dann 2015 erschienen ist. Ich bin dann 2012 gemeinsam mit meiner jetzigen Frau für ungefähr vier Jahre nach England gegangen und habe dort im Labor, wo wir gearbeitet haben, einige sehr brettspielbegeisterte Freunde kennengelernt. Und da bin ich so richtig in dieses modernen Brettspiel eingeführt worden. Ich bin dort hin, wie gesagt, hauptsächlich Partyspiele. Und ja, da habe ich dann Spiele kennengelernt wie Puerto Rico, Seven Wonders, I Love Sky etc. Da habe ich sicherlich innerhalb von eineinhalb Jahren 40, 50 moderne Brettspiele gespielt. Und dadurch hat sich halt auch meine Art und Weise, wie ich ans Designen rangehe, verändert. Man hat halt einfach mehr gelernt, was ist wichtig, was ist essentiell bei modernen Brettspielen. Und dann bin ich wieder motiviert geworden und habe mir gedacht, so jetzt setze ich mich wieder hin und fange wieder ein bisschen zum Brettspiele designen. Und ich habe das Ganze intensiviert. Und bin dann eben 2016 wieder zurückgekommen nach Österreich, nach Wien und habe dann dort den Alexander Pfister kennengelernt, der ja auch einer der erfolgreichsten österreichischen Brettspielautoren ist. Und habe in Essen getroffen und habe mich dann eingeladen zu seiner wöchentlichen Brettspielrunde, die einmal in der Woche in Wien stattfindet. Und das war ein riesiger Anspann jetzt, dass man jetzt nicht alleine nur vor sich hin arbeitet, sondern sagt, okay, geh einmal in der Woche zum Treffen und liefere immer was Neues ab oder ändere und teste. Innerhalb von ein paar Tagen soll ich wieder was Neues haben. Und das sind innerhalb von kurzer Zeit die Spiele The Mind und Illusion und die Quacksaber von Bettenburg und ganz schön clever erschienen. Das war dann 2018, da bist du groß gestartet sozusagen. Ja, genau, so 2016, 2017 habe ich die Spiele eigentlich, die meisten dieser Spiele gemacht. Und Frühjahr 2018, Nürnberg 2018 sind sie dann erschienen, genau. Und da war es auch so, dass ich gerade im beruflichen Wechsel drinnen war. Da habe ich gewusst, okay, ich habe so ein Stipendium gehabt, das ist ausgelaufen. Für mich war dann die Frage, bleibe ich weiterhin an der Uni, in der Forschung? Oder mache ich nochmal einen beruflichen Wechsel, weg Richtung Privatindustrie oder Unterricht oder was in dieser Richtung? Und ich habe zu meiner Frage gesagt, bevor ich diesen Wechsel jetzt mache, würde ich gerne mal ein, zwei Monate Auszeit nehmen und einfach jetzt mal nur auf Brettspiele fokussieren. Und genau in dieser Zeit ist dann Nürnberg passiert und die Nominierungen sind dann gekommen. Und ich habe halt dann gemerkt, okay, das geht jetzt auch, dass ich jetzt mal ein paar Monate mehr vielleicht mal Auszeit nehme und mich mehr auf die Spiele fokussiere. Und aus diesen zwei Monaten sind fünf Monate geworden, sind acht Monate geworden, sind jetzt bald jetzt schon drei Jahre geworden. Und ich bin immer noch in einer langen Auszeit. Nein, also ich mache es jetzt seit zwei Jahren professionell sozusagen und bin ja wirklich jetzt professionell tätig als Sprechspieler. So, das war jetzt mal eine sehr kurze Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Sehr gut, sehr gut. Ich kann mich auch noch schön an die Spielwarenmesse in Nürnberg erinnern, 2018, wo wir auch mit ein paar Bloggerkollegen The Mind gespielt haben. Und ich glaube, sogar auf einmal standest du da hinter uns, also ich auf jeden Fall kannte dich da noch gar nicht. Ich glaube, es war sogar der Moment, wo du das erste Mal gesehen hast, dass das finale Produkt dann wirklich auch mal gespielt wurde. Und wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Kannst du, also sind es so Momente, die dich immer wieder antreiben, Spiele zu entwickeln, quasi die Emotionen bei anderen Spielern zu sehen? Oder ist es vielleicht sogar einfach nur der Prozess des Spieleentwickelns? Was ist da das, was dich da sozusagen am glücklichsten macht? Ach, das ist schwer zu sagen. Also in dem Moment zum Beispiel, weil du jetzt gerade den Moment angesprochen hast, das war für mich überhaupt ein ganzer toller Moment, weil das war überhaupt zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich jemanden, eins meiner Spieler spielen gesehen habe. Ich hatte davor Dream Team draußen bei Zoch und Schattenmeister bei Pjartnik. Und die sind halt, ja, jetzt nicht gerade in der Masse gespielt worden, sagen wir so. Und das war zum ersten Mal, dass ich wo war, in dem Fall eben auf der Messe in Nürnberg. Und ich habe zum allerersten Mal mein Spiel gesehen. Ich habe zum allerersten Mal fremde Personen außerhalb meiner Tester, eines meiner Spielespielen gesehen. Und die waren natürlich super neugierig. Okay, wie ist jetzt die Reaktion? Wie kommt das jetzt an? Weil ich habe damals auch noch keine Ahnung gehabt, kommt das Spiel gut an oder nicht gut an? Und für mich war es natürlich, ja, ich war einfach extrem neugierig. Ich bin nur da gestanden, bin ein bisschen um den Tisch herumgeschlichen und habe abgeschaut, wie er darauf reagiert. Aber generell, ich finde, es ist das Schöne am Brettspielentwickeln, dass du einfach sehr viele tolle emotionale Momente hast, die dieses Spielentwicklungsdesignen einfach interessant machen. Das kann einfach nur rumgehen und eine Idee für einen Mechanismus haben, der dir in dem Moment einfach toll vorkommt, wo du dir denkst, wow, cool, das ist eine gute Idee. Du kannst gar nicht mehr erwarten, dass du nach Hause gehst und mehr daran arbeitest, egal ob jetzt im Kopf oder jetzt tatsächlich am Computer oder im Prototypen bastelst. Also dieser heurige Moment, dass du dir denkst, oh, das ist cool, aus dem könnte das Spiel werden. Du hast aber auch diese Momente dabei, wenn du zum ersten Mal den Prototypen einer Z-Spielgruppe vorsetzt und dann mal erwartest, okay, wie kommt es an? Und wenn du dann merkst, okay, das läuft, das macht mir Spaß, das macht denen Spaß, dann merkst du, okay, diese ein, zwei, drei Monate, hinwieder vielleicht auf nur zwei Wochen, die du reingesteckt hast, war nicht umsonst, sondern du merkst, oh, da könnte was draus werden, da könnte es jetzt die nächsten Monate reinstecken. Du freust dich dann schon darauf, dass du denkst, ja, das wird was. Also dieser erste Moment ist einfach toll. Es ist super, wenn du zum ersten Mal die Grafiken siehst vom Grafiker. Also wenn da zum Beispiel Dennis Lohhausen daherkommt und der Thorsten Gimler von damals von Schmidtspiel, da hat man halt die ersten Grafiken zu Paxalbe geschickt oder den Tavernen und du siehst auf einmal, wie dieses Spiel lebendig wird und so richtig eine Welt draus wird, ist das auch, da freue ich mich schon immer drauf, ist auch ein toller Moment. Auch wenn du zum ersten Mal das fertige Spiel natürlich zugeschickt bekommst, das ist super, und jetzt in den Händen hältst du ein toller Moment. Ja, wenn es gut ankommt, positive Reviews zu lesen. Also es sind mehrere unterschiedliche Schritte, die zusammenkommen, die da ein schönes Gesamtpaket machen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, einfach diese Kombination, da etwas Haptisches, ja, ein Produkt auch entsteht, dass man sieht, dass jetzt nicht nur rein digital ist und dass man natürlich Emotionen wecken kann und die im besten Fall ja auch noch mitbekommt. Also das sehe ich ja auch schon alleine quasi in unserem Bereich im Sinne von, ja, Blogger, Pressearbeit oder Leute unterhalten mit Let's Plays und so, dass einfach auch diese positiven Emotionen, die da geweckt werden, einfach auch viel Energie und Kraft geben. Und das, denke ich, ist da eine schöne Kombination natürlich auch bei dir. Absolut. Es fühlt sich bei dir so an, oder du kannst natürlich auch sagen, wenn ich da ein falsches Gefühl habe, dass du noch gar nicht so festgelegt bist. Also was meine ich, du hast eigentlich Spiele in allen möglichen Kategorien bis jetzt gemacht, halt vielleicht Familienspiele mäßiger oder eher Quacksalber, ja, natürlich Kennerspiel, aber da kann man ja auch immer ein bisschen drum streiten. Dann eher auch diese würfellastigen Sachen, steht ja hier auch clever, hoch drei jetzt diese dritte Sache. Und, und, und. Dann auch ein bisschen mehr Partyspiel mäßige Sachen. Gibt es da trotzdem so eine Tendenz, wo du sagst, diese Bereiche oder diese Art von Spiele, die liegen dir vielleicht besser oder die machst du lieber oder wie sieht es da aus? Mach ich lieber. Ja, eigentlich, im ersten Moment würde ich sagen, nein, diese Tendenz gibt es nicht. Aber dennoch, also wie man merkt, mir liegen lieber Spiele, die mehr Familienspielbereich sind, Unterkennerspielbereich maximal. Also gerade ein Spiel wie die Tavernen im Tiefental oder die Quacksalber von Quedlinburg sind eher für mich die Ausnahmespiele, die sich eher so ergeben haben, auf die ich jetzt nicht abgezielt habe, dass die so groß werden. Es sind natürlich immer noch keine großen Spiele im Vergleich zu manchen Expertenspiele. Aber generell verliere ich halt einfach auch mal schnell Geduld mit einem Spiel. Das heißt, Geduld nicht, sagen wir, ich verliere oft den Anreiz, an einem Spiel ein, zwei Jahre zu schrauben. Also jetzt ein Spiel zu haben, an dem ich gerade an einem großen Spiel, wie es oben oft Alexander Pfister macht, der bringt jetzt seine Spiele mit zur Testrunde und der nimmt die teilweise über ein, zwei Jahre immer wieder mit. Und das bewundere ich an ihm und da findet er immer wieder eine Stellschraube und noch eine, noch eine. Aber ich bin da einer, bei mir muss auf das Spiel einfach noch ein, zwei, drei Monate fertig sein, weil dann artet es für mich in Arbeit aus und nicht mehr an dieser großen Freude. Und ist natürlich nicht immer so, gerade das Nachschrauben dauert natürlich oft lange. Gerade beim Spiel wie Quacksalber Tavernen, das war halt initial schnell fertig innerhalb von ein, zwei Monaten. Tavernen nicht, das hat einen längeren Prozess gehabt, aber Quacksalber aber schnell. Aber dann dieses Nachbearbeiten und Feintunen, bis es dann fertig geworden ist, hat dann halt auch sechs Monate wieder gedauert. Aber generell habe ich einfach lieber simple, einfache, schnelle Spiele, weil das auch die Art Spiele sind, die ich selbst gerne lieber spiele. Also ich sage mal, ein Spiel wie Quacksalber oder Unterkennerspielbereich ist das, was ich selbst gerne spiele und das ist also bei mir eher der obere Level. Generell aber alles, was ein bisschen Glückselement drinnen hat, habe ich gerne. Das will man merken in meinen Spielen, ich habe immer gern Glück dabei. Für manche ist es dann vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel, weil man sagt, ja, verstehe ich absolut, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich habe es aber gern dabei, weil du einfach, ich habe selbst gerne Spiele, wo ich auf Augenhöhe mit jemandem spielen kann, der das Spiel schon zehn oder zwanzig Mal gespielt habe. Wo ich das Gefühl habe, selbst ich als Anfänger kann zumindest zu 30 Prozent gewinnen. Ich nehme gerne her Poker, finde ich ein super Spiel. Ich sage mal, auf die Dauer gesehen gewinnt der Profi zu 60, 70 Prozent, aber selbst als Anfänger kannst du deine Partie gewinnen, weil einfach genug Glückselement dabei ist. Und das habe ich gern bei meinen Spielen, dass du diesen Aha-Moment, auch dieses Gefühl, was dir es gibt, das Gefühl des Würfels, diese ein, zwei Sekunden Unsicherheit, diese ein, zwei Sekunden Unsicherheit, bevor du deine Karte aufdeckst, setzt eine gewisse Emotion frei, die du halt nicht hast, wenn du komplette offene Informationen hast, wo du alles durchdenken kannst. Und also ich würde sagen, Glück wird es meistens dabei geben, oder sagen wir mal, es setzt nicht in mir diese Emotion frei, bei anderen Menschen vielleicht schon. Aber Glück habe ich immer gerne dabei, obwohl ich es nicht absichtlich darauf abziele, sondern sagen wir, es ergibt sich einfach. Ja, jetzt hast du ja schon die Quacksalber von Quecklenburg angesprochen und auch Thema Glück, das ist natürlich da auch ganz groß vertreten. Was zieht man da aus seinem Beutelchen, dieser Push-Your-Lack-Mechanismus, wann höre ich auf, wann explodiert der Kessel? Und da ist ja jetzt aktuell die zweite Erweiterung und ihr seht sie hier ja auch schon, die Alchimisten erschienen oder kommt sozusagen gerade raus. Vielleicht kannst du uns ja mal auch so ein bisschen vielleicht an dem Beispiel, die Alchimisten, so ein bisschen verdeutlichen, bildlich darstellen. Wie sieht denn so dein Arbeitstag eigentlich aus? Also gibt es so einen klassischen Arbeitstag für dich? Gibt es so feste Strukturen oder fliegst du da so durch dein Leben und hier und da machst du mal was? Wie war das zum Beispiel im Fall die Alchimisten? Also ich versuche, meinem Alltag ein bisschen Struktur zu geben, weil gerade wenn man das sozusagen hauptberuflich macht, ist es glaube ich schon wichtig, dass du deinen Tag ein bisschen strukturierst, weil du sonst einfach nur kopflos herum brennst. Mache ich auch in genug Tagen. Aber generell läuft es bei mir normalerweise so, dass in der Früh, wenn meine Frau mit meinen Kindern sozusagen aus dem Hause ist und sie fährt in die Arbeit, Kinder kommen im Kindergarten, dann gehe ich normalerweise eigentlich auch aus dem Haus und mache wirklich oft einfach ein, zwei, drei Stunden lang einen Spaziergang. Das ist eigentlich fast jeden Tag. Darum blicke ich dem Winter jetzt schon etwas entsetzt wieder entgegen, wenn ich das bei minus fünf Grad machen muss, vor allem schon wieder am Frühling. Und diese Zeit nehme ich einfach her für Unterschiedlichstes. Entweder den Kopf frei bekommen und mich treiben lassen und vielleicht einfach die definierenden Mechanismus haben. Oder ich arbeite an aktuellen Spielen, wo ich gewisse Probleme habe und arbeite einfach sozusagen nur im Kopf und versuche einfach Lösungen, Problemlösungsansätze zu finden. Überdenke vielleicht Anleitungen, wo ich mir denke, okay, das passt in einer Anleitung nicht, kann man es vielleicht anders machen, kann man es anders formulieren. Das ist aber eher ein kleiner Teil, weil das Anleitungsschreiben ja doch zum Großteil natürlich die Redakteure übernehmen. Aber generell ist es bei mir einfach mal spazieren gehen und danach komme ich halt nach Hause und dann versuche ich halt das im Rest des Tages daraus auf etwas zu machen oder es umzusetzen. Dann ist es einfach sehr oft dran, E-Mails beantworten, aktuelle Ideen umsetzen probieren. Sehr oft ein-, zweimal in der Woche ist einfach Prototypen neu basteln oder überarbeiten für die Testspielabende, die einfach anstehen. Oft ist es einfach Anleitung lesen, Anleitungen überarbeiten, einfach oft Kommunikation mit Redakteuren. Also sehr unterschiedlich. Bei Alchemisten kann man so sagen, war es halt einfach so, da ist einfach Schmidtspieler mich herangetreten und zwar heuer in Nürnberg, nicht plötzlich, nicht heuer in Nürnberg, Entschuldigung. Ja, doch, natürlich. War heuer in Nürnberg, sind dann mich herangetreten und haben gesagt, okay, ja, sie hätten gerne eine zweite Erweiterung für die Bagsaber von Quedlinburg. Und ja, da habe ich mich halt drangesetzt und habe halt versucht, einen neuen Ansatz zu finden, der sozusagen jetzt nicht einfach eine Wiederholung von der ersten Erweiterung der Kräuterhexen ist. Das heißt, nicht wieder einfach nur neue Bücher und natürlich sind auch wieder ein bisschen dabei, sondern wo ich wirklich sage, okay, vielleicht können wir mechanistisch noch ein bisschen was hineinbringen, was jetzt das Spielgefühl vielleicht nicht unbedingt ändert, aber vielleicht einfach ein bisschen was Neues dazu einkriegt. Und da habe ich halt einfach, ja, jetzt mal ein, zwei Monate lang gearbeitet. Wer dazu jetzt vielleicht noch die ein oder andere Frage ist, was hat es denn eigentlich genau mit die Alchemistenerweiterung auf, schaut doch mal auf den Kanal oder natürlich auch verlinkt auf der Spiel-Digital-Seite von Schmidtspiele. Da gibt es auf jeden Fall ein angespielt, so ein bisschen Regelerklärvideo von uns auch. Und es wird sicherlich auch die ein oder andere Sache da im Netz zu finden sein. Grundlegend kann man sagen, es ist hier ein neues Tableau ins Spiel bekommen. Nämlich, dass in Verbindung mit Patienten steht, ja, die Quacksalber, die müssen jetzt allerhand, ja, kurioser Krankheiten versuchen zu heilen. Patienten, die sowas wie den Ohrwurm haben oder Segelohren, die wollen ja das passende Destillat dafür haben. Und so gibt es ein weiteres Tableau, wo man einen Marker weiter einsetzen kann, um dann letztendlich weitere, ja, Zwischenfähigkeiten zu werten. Oder am Ende auch nochmal so das Ganze dann nochmal da ein bisschen erweitert. Aber wenn ihr da Lust auf mehr habt, das Ganze zu erfahren, schaut da mal nach. Und ihr könnt das Ganze sogar auch schon auf Tabletopia mal anspielen. Also wer da mal Bock hat, natürlich am Tisch sitzen und das zu spielen, ist immer, wie ich finde, eine bessere Sache. Aber wer da mal reinschauen will, hat da also auch die Möglichkeit, sich das Ganze schon mal anzuschauen. Du hast jetzt schon gesagt, ja, Schmidt-Spiele, die sind da an dich herangetreten. Dieses Mal, bei Schmidt fühlt es sich ja so an, als wenn ihr so ein bisschen auch in die Erweiterung oder die Reihenpflege macht. Das bringt mich ja zum Thema ein bisschen hier clever hoch drei. Das ist also das dritte Spiel, der dritte Vertreter in der, ja, ganz schön clever Reihe. War das da so ähnlich oder hattest du am Anfang da auch vielleicht schon so im Kopf, ah, da gibt es so mehr Ideen, die passen jetzt alle gar nicht auf einen so einen Wertungsblock. Lass uns das lieber aufteilen. Oder wie war da auch so ein bisschen der Prozess? Also für den zweiten Teil war es schon noch so. Da habe ich ursprünglich in meinem ursprünglichen Prototypen noch ein, zwei Mechanismen drin gehabt oder Aktionsfelder gehabt, die dann nicht mehr hineingekommen sind. Zum Beispiel auch dieser Rückholmechanismus, der im zweiten Teil drinnen ist. Und aufgrund vom Erfolg von ganz schön clever war halt dann natürlich schnell die Idee da, okay, kann ich wieder raus jetzt noch einen zweiten Teil machen. Beim dritten Teil war es dann einfach so, ich habe dann einfach mal während der Weihnachtsferien 2000, oh Gott, ist schon lange her, 2019 glaube ich war es. Das ist schon länger her, wenn nicht sogar 2018. Einfach Lust bekommen dazu, dass ich gesagt habe, ich würde gerne noch mal schauen, ob ich noch einen dritten Teil schaffe, was gar nicht so leicht war für mich oder gar nicht so klar war, dass ich das hinbekomme, weil einfach man schon sehr eingeschränkt ist an die einzelnen Aktionsfelder, die es gibt. Man will sich ja nicht wiederholen, man darf es nicht zu kompliziert machen. Es muss immer sofort klar sein, was der einzelne Würfelwurf bedeutet, ohne dass man damit zu sehr um die Ecke denken muss und, und, und. Und habe mich dennoch einfach mal hingesetzt und habe mal probiert und habe einen ersten Ansatz gehabt, der, sag mal, 60 Prozent dem entspricht, was man jetzt sozusagen, was jetzt vor dir steht. Und habe dann einfach den Thorsten Gimler von Schmidtspiele mal angeschrieben oder angerufen, damals eben noch Redakteur für Schmidtspiele und habe gefragt, okay, hättet ihr generell Interesse am dritten Teil? Ich habe da jetzt was vor mir liegen, es gefällt mir schon mal ganz gut. Sonst würde ich da halt jetzt Zeit investieren und sozusagen in die Tiefe gehen. Und sie haben gesagt, ja, auf alle Fälle. Wollten dann aber noch ein bisschen abwarten, weil eben doppelt so clever noch relativ neu am Markt war, in manchen Ländern teilweise erst erschienen ist, eben mit ein bisschen Abstand und wollten sie nicht jetzt gleich den dritten Teil wieder nachwerfen, den ganzen ein bisschen Zeit zum Atmen geben. Und war dann aber auch gut so, weil in der langen Zeit, die es sozusagen das Spiel jetzt noch gebraucht hat, bis es dann jetzt tatsächlich jetzt erschienen ist, hat sich das Spiel dann einfach, ja, dann doch noch mal gewandelt. Habe ich immer wieder alle paar Wochen hergenommen und geschaut, okay, kann ich es doch noch mal verbessern? Gibt es irgendwelche Aktionen, wo generell die Tester immer sagen, von allen fünf finde ich die eher am schwächeren? Dann fliegt er einfach raus, schau, dass du noch mal was Besseres findest, schau, dass es noch mal klarer wird. Es war zwischendurch noch mal komplexer wieder. Habe dann aber geschaut, okay, jetzt schaue ich das doch mit der Komplexität noch mal wieder runterkomme. Und so hat sich sozusagen das Ganze im Laufe der Monate oder fast Jahre langsam hingeschraubt zu diesem Spiel, was da jetzt ausgekommen ist. Wenn jetzt jemand da ist, der quasi noch kein Spiel aus dieser Clever-Reihe gespielt hat, würdest du da eine Empfehlung aussprechen können, so nach dem Motto, schau dir, keine Ahnung, wirklich den ersten Teil an, weil du hast das Gefühl, dass chronologisch wird das vielleicht komplexer oder auch nicht? Oder kannst du auch ohne Probleme sagen, ihr könnt euch jetzt auch clever hoch drei holen und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schaut, welcher Teil da gerade noch so steht? Oder wie ist so für dich die Reihe, wenn du sagst, gerade neue Leute, die man vielleicht hieranführen möchte? Ja, natürlich, also keine Frage. Also ich sage mal, ein Kenner oder Experten-Spieler kann natürlich gerne mit dem dritten Teil anfangen und ist wahrscheinlich dennoch vielleicht anfänglich etwas überfordert, kann ich mir vorstellen. Aber generell natürlich ja, mit dem ersten Teil anfangen, weil der ist am zugänglichsten, der ist am wenigsten komplex, er ist wahrscheinlich am klarsten. Ist einfach so, weil da kannst du natürlich, da habe ich noch aus dem Vollen schöpfen können. Also da habe ich mich selbst nicht limitieren müssen durch irgendwelche Beschränkungen, weil es andere Teile gegeben hat. Da war es für mich am einfachsten, sozusagen das klarste Spiel zu entwerfen. Generell mir persönlich gefällt jetzt, ich würde sagen, der dritte Teil, wahrscheinlich sogar eine Spur mehr als der zweite Teil, schwer zu sagen. Er ist halt vielleicht, er ist sicherlich komplex als der erste Teil. Ich würde sagen, gleich komplex wie der zweite Teil, aber es ist schwer zu sagen, wenn man halt etwas schon so oft gespielt hat wie ich, dann da jetzt Unterschiede herauszusehen, ob sich da jetzt jemandem im zweiten oder dritten Teil schwerer tut. Aber ja, erster Teil und danach würde ich sagen, ist egal, ob der zweite Teil ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe natürlich auch clever auch drei mit Hunter gespielt. Auch hierzu gibt es ein, ja, angespielt Regelvideo von uns. Wer also da auch noch mal ein bisschen mehr reinschauen möchte und gucken möchte, was sind da jetzt für Module, dass ich auf jeden Fall eine Berechtigung für alle drei Teile sehe, wenn man halt auf diesen Würfel- und Wertungsmechanismus halt steht und das dann sozusagen, diese Verzahnung, immer noch dieses schöne Gefühl, da unterschiedliche Kombos zünden zu können, das fühlt sich quasi immer sehr gut an. Und vielleicht für diejenigen, die dann auch neu mit am Tisch sitzen und dann die Fuchswertung hinten raus dann doch ganz vergessen haben und irgendwas mal null werten müssen. Da will man natürlich nicht schadenfroh sein, aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo auch meine Lernkurve dann doch eine gute Entwicklung nehmen konnte. Und ja, für den, ja doch gefühlt so ein, vielleicht von der Größe könnte man ja erstmal denken, so zwischendurchspiel, doch viel tiefer. Es ist ja nicht ohne Grund im Kennerspielsektor eingeordnet worden. Also für so ein Roll and Ride, wenn man da wirklich mal, ja, ein bisschen mehr das Köpfchen anstrengen möchte, vielleicht kurz vor der Verzweiflung, dann kann ich auf jeden Fall diese Cleverei auch nur empfehlen und habe mich auch gefreut, dass es da mit Clever hoch 3 jetzt mal weiterging. Und bin auch natürlich mal gespannt, wie es so in der Zukunft mit dir weitergeht. Hast du denn persönlich eigentlich irgendwie gerade noch so ein Ziel? Ich meine 2008 auch mit diesen ganzen Nominierungen und dann gab es ja auch die ein oder anderen Auszeichnungen an jeder Ecke und an jedem Ende mal so ein bisschen. Hast du gerade jetzt rein im spielerischen Sinne irgendwie noch so ein Ziel, wo du sagst zum Beispiel, du willst unbedingt mal mit diesem Autor zusammenarbeiten oder vielleicht mit diesem Illustrator oder du hast da dieses krasse Legacy-Projekt, was du mal machen willst oder vielleicht sogar was ganz Neues in petto. Wie sieht es da so aus mit deinen persönlichen Zielen? Oh, das ist schwer. Es war für mich einfach ein irrsinnig toller Start 2018, einfach mit den drei Nominierungen plus Gewinntes Kennerspiel des Jahres, was in dem Moment extrem toll war, aber im selben Moment hat es mal sozusagen alle Ziele mit einem Schlag genommen, wo ich mir gedacht habe, ja, eines Tages, da arbeite ich jetzt die nächsten 20 Jahre hin, da habe ich ein schönes Ziel von mir, eines Tages vielleicht mal eine Nominierung schaffen, vielleicht sogar mal einen Gewinn schaffen, das wäre natürlich schon super toll. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht man spielt es ja, es wäre natürlich schön, nochmal eine Nominierung oder vielleicht mal ein Gewinn. Das würde ich jetzt aber nicht das Ziel hernehmen, ist es jetzt auch mittlerweile weniger, einfach weil man auf sowas ja nicht abziehen kann einfach. Für mich ist eher die Motivation weiterhin, dass ich sage, was ich gerne hätte, wäre einfach mal ein Kinderspiel machen, einfach jetzt, weil meine beiden Kinder sind jetzt zwei und fünf Jahre alt, die kommen jetzt immer mehr ins Alter, gerade meine Tochter mit fünf Jahren, wo du immer mehr Brettspiele spielst und würde mir Spaß machen mit denen gemeinsam einfach mal ein bisschen testen und ein Kinderspiel machen, auf alle Fälle. Ansonsten, nein, ich habe jetzt kein direktes Ziel, wo ich sage, das sehe ich jetzt in Zukunft, möchte ich in fünf bis zehn Jahren erreichen. Für mich ist einfach immer das nächste Spiel, was ich mache, mein nächstes großes Ziel als Projekt, dass ich da gerne einfach ein schönes, tolles Spiel draus mache. Ich bin bei jedem Spiel motiviert, dass ich sage, okay, theoretisch soll das das nächste große Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres werden. Das ist im Prinzip immer das Spiel, ohne dass ich jetzt sozusagen auf den Preis abziele, aber einfach nur von der Motivation her, die ich habe. Also ich sage, wenn ich ein Spiel an Verlag anbiete, dann will ich so weiter mit zufrieden sein, dass ich sage, okay, das wird jetzt das nächste große Spiel. Ist für mich selbst oft natürlich in dem Moment schwer abzuschätzen, aber ich habe halt den Ansporn im Prinzip mit jedem neuen Spiel. Genauso mit den Erweiterungen, ich sage, mit jeder Erweiterung, die ich ausbringe, bin ich so motiviert, dass ich sage, okay, das soll jetzt eine richtig gute Erweiterung werden, wo richtig die Leute sagen, wow, sehr schön, wenn ich das Grundspiel habe, auf alle Fälle hätte ich gerne. Du hast vorhin Alexander ja auch mal angesprochen, der ja auch quasi in Österreich großer Spieleautor ist. Wenn ich jetzt so hier auf diese Schachteln alle gucke, da steht dein Name immer alleine drauf. Ist es für dich sozusagen eigentlich auch mal ein Reiz, mit jemand anderen zusammenzuarbeiten? Oder hast du das vielleicht sogar schon gemacht und ich habe es noch nicht mitbekommen, das kann ja auch immer sein? Oder sagst du, ja, das ist schön, mit anderen Autoren sozusagen im Austausch zu sein und da vielleicht sich auch gegenseitig zu inspirieren, aber wirklich zusammen eng mit jemandem zu arbeiten und dann gemeinsam auf einer Schachtel zu stehen, das ist doch noch mal eine andere Geschichte? Nein, auf alle Fälle. Ich mache es aktuell sogar, beziehungsweise man versucht es zu machen, weil nur weil man es macht, heißt das jetzt nicht, dass tatsächlich daraus ein Spiel wird, das dann veröffentlicht wird. Bei meinen Spielen hat es es einfach so ergeben, gerade am Anfang, die ersten paar Spiele wie Gansch und Clever und Quacksalber, es ist halt so, die Idee zu dem Spiel, und bis du so weit bist, dass du den Prototyp daraus machst, das ist halt einfach ein Prozess, der halt sehr einsam ist. Also man läuft da selten zu zweit, zu dritt in der Gegend herum und sagt, wir denken jetzt gemeinsam über ein Mechanismus nach und der Mechanismus ist, ich sage schon mal, das Entscheidendste vom Spiel, zumindest bei meiner Art Spiele. Dadurch ergibt es sich fast automatisch. Es ist genauso für ein Autor, der ein Buch schreibt, es ist einfach ein einsamer Prozess die meiste Zeit, außer du triffst dich jetzt zum Testspiel. Das Einzige, wo ich mir denke, was wirklich geht, ist, dass man sagt, okay, man sagt jetzt, ich habe einen Ansatz, ich komme nicht weiter, hast du eine Idee dazu? Und wenn ja, okay, machen wir es zu zweit. Andererseits gibt es sicherlich viele Autoren, die einfach gern zu zweit wirklich arbeiten und sagen, okay, wir kennen uns schon, da läuft der Prozess einfach Hand in Hand. Bei mir hat es sich zum Beispiel so ergeben, dass von einem Autor, den ich kenne, habe ich eben ein Spiel ein paar Mal gespielt und der hat einen super Kernmechanismus gehabt und da habe ich jetzt erfahren, dass der mit diesem Spiel nicht weitermacht und da ist eben der Verlag, das ist One More Time Games, der eben auch aus Wien ist, die jetzt eben Rift vor Ort gerade auf Kickstarter gehabt haben, auch tolles Spiel übrigens. Mit dem bin ich eben auch in engen Austausch und habe gesagt, ma, wenn der Carlo, der hat eben diese Idee zu diesem Mechanismus gehabt, nicht mehr weiter an dem Mechanismus arbeitet, ich hätte großes Interesse daran, dass ich an dem Spiel vielleicht einfach weiterarbeite. Ich war halt auch mit Carlo, darüber natürlich vorher schon mal austauschen, habe gesagt, ja, passt, mach mal. Und dadurch hat sich jetzt ergeben, dass sozusagen er und ich jetzt gemeinsam am Spiel arbeiten, sozusagen sein Mechanismus und ich versuche jetzt eben daraus ein Spiel zu bauen. Aber sowas ergibt sich halt einfach zufälligerweise, ohne dass man auf das jetzt unbedingt abzielt und ob daraus jetzt tatsächlich mal ein fertiges Spiel wird, wird sich weisen. Genauso mit einem anderen österreichischen Autor arbeite ich seit Längerem an einem Spiel. Aber da steht jetzt aktuell auch noch unter anderem aufgrund von Corona, also mal schauen, ob da jetzt in Zukunft mal ein Spiel gemeinsam rauskommt. Ja, da bin ich ja ganz beruhigt. Ich hatte ja schon Angst, als du so anfingst, du bist immer nur alleine unterwegs und grübelst, dass du schon gar keine Freunde mehr hast vom ganzen Grübeln und allein unterwegs sein. Aber dass da dann doch vielleicht die ein oder andere spannende Kooperation in naher Zukunft dann uns erwarten kann. Und Thema Zukunft ist ja auch, ja, was soll ich sagen, in unserer schnelllebigen Gesellschaft immer so ein Thema. Jetzt könnt ihr euch natürlich erst mal hier über die Alchemistenerweiterung, Clever auch drei und vielleicht auch noch den einen oder anderen Titel der Erfreuen, die dieses Jahr sozusagen von dir erscheinen. Aber Schmidtspiele hat uns da sozusagen ein bisschen schon mal was geflüstert. Mal sehen, ob du überhaupt was dazu sagen kannst. Aber ich hole es hier gerade mal hoch. Ein Spiel, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich muss sagen, ich habe es noch nie mit allen Modulen zusammengespielt. Ja, hier die Tavernen im tiefen Tal. Und ich glaube, da ist ja sogar eine, ja, steht so eine Erweiterung in den Startlöchern oder ist, also Startlöcher ist vielleicht sogar untertrieben. Wie sieht es denn da aus hier so 2021? Ja, das ist die Frage, wie viel ich denn schon erzählen darf auch jetzt. Oh, ja, also das. Also ja, die Erweiterung kommt. An der arbeite ich gerade aktuell. Die ist jetzt sozusagen gerade am Feinschliff und fertig werden. Ist geplant eben jetzt für, naja, Nürnberg findet jetzt nicht statt, aber um diesen Zeitraum herum, Februar, März, dass es dann in den Geschäften steht. Es wird wieder neue Module geben. Es wird wieder modular mit vier neuen Modulen, wo jedes individuell oder auch miteinander kombiniert verwendet werden kann. Also es ist jetzt nicht mehr so aufbauend wie beim Basisspiel. War es ja so, wenn du mit Modul 3 gespielt hast, musst du auch Modul 1 und 2 im Spiel haben. Hier wird es jetzt einfach Module geben, die man individuell mit hineinnehmen kann oder auch gerne alle mit auf anderen mit hineinnehmen kann. Die Taverne wird größer. Sie wird ein bisschen ausgebaut. Es wird ein Gästezimmer geben für gut zahlende Adelige. Es wird einen Weinkeller dazugeben. Es wird ein eigenes Büro für den Wirten bekommen. Es wird mit dem Bürgermeister vorbeischauen, der sozusagen seine eigene Idee hat, wie man seine Taverne am besten leitet. Und ja, ich glaube, ich bin sehr zufrieden damit jetzt. Es macht mir jetzt selbst wieder Spaß beim Spielen und Testen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ich nicht von meinem eigenen Spiel schon ein bisschen genervt bin, weil ich es jetzt schon zum 50. Mal spiele, sondern ich merke, okay, mir gefällt es immer noch gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ja, das wird jetzt dann, wie gesagt, März 2021 wird es dann erscheinen. Dennis Lohausen ist wieder für die Grafik zuständig. Das geht jetzt aber erst langsam los. Ich habe halt versucht, das Ganze wieder sehr thematisch einzubinden, was ja ein gutes Feedback war von der Taverne im Tiefen Tal, dass ja sozusagen das Mechanistische im Spiel eigentlich ja möglichst oder relativ gut thematisch eingebunden worden ist angeblich. Und ich habe mich jetzt halt auch wieder bemüht, dass halt sozusagen die drei Module, die drei Mechanismen relativ schön in dieses Tavernenthema eingebunden wird. Jetzt, wo du ja das Thema quasi auch nochmal angesprochen hast, du hast ja vorhin gesagt, für dich in deiner Art quasi Spiele zu entwickeln oder heranzugehen, ist denn doch die Mechanik eigentlich immer für dich erstmal entscheidender. Und auch letztendlich finde ich ja bei Quacksalber das Thema da sehr gut, das mit der Mechanik sehr gut ineinander greift. Warst du denn bei Quacksalber oder vielleicht jetzt auch bei der Alchimisten-Erweiterung? Wie stark warst du da involviert, was das Thema anbelangt und wie es da auch weitergeht? Dann ja Kräuterhexen und Alchimisten. Bist du da im engen Austausch mit Schmidt-Spiele gewesen? Oder hast du gesagt, ja, habt ihr da vielleicht eine schöne Idee? Wie war da der Werdegang? Bei Alchemisten bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, Alchemisten war... Ach, du hattest auch diese Vergesslichkeit, diese Krankheit, die man da kurieren muss. Ja, genau. Ich bin gerade überlegen, wer letztendlich die Idee hatte, dass es Alchemisten werden und nicht irgendwas anderes. Es kann sein, dass meine Idee war. Kann aber auch gut sein, dass es von Schmidt-Spiel ausgegangen ist. Das geht halt hin und her. Ich glaube, das ist eher vom Georg Wild, der jetzt der Redakteur bei Schmidt-Spiel ist, gekommen. Bei Quacksalber war es so, da habe ich halt ein ganz anderes Thema gehabt. Das war ursprünglich, hat es geheißen, Most Wanted, war im Wilden Westen angesiedelt. Und auch wenn mechanistisch schon alles vorhanden war, hat damals Thorsten Gemmler gemeint, naja, es fühlt sich mechanistisch halt nicht so gut an, was ich da tue, was ich da rausziehe aus dem Beutel. Habe ich gehabt, man zieht Münzen raus sozusagen, also wirklich Geld, das man so oder so überfallen hat bei Banken und so. Dann hat er halt gemeint, naja, man hat das Gefühl, das passt nicht. Der hat dann eine Idee gehabt, dass man eben Zutaten rauszieht. Und dann sind Ideen hin und her gegangen von einer Hexenkoch-Sendung und hin und her. Und ich habe dann die Idee gehabt, dass man doch so einen Markt macht, wo man Wundertränke kauft, weil das habe ich zu einem beim ursprünglichen anderen alten Spiel schon mal verwendet gehabt, das Thema, das mir gut gefallen hat. Und er hat dann die Idee dazu gehabt, okay, dann nennen wir so halt die Quacksalber von Quedlinburg und es sind dann halt Quacksalber. Und so hat sich das Ganze halt dann ergeben und gewandelt. Die Kräuterhexen waren bei mir irgendwie vor Anfang an Kräuterhexen. Das hat einfach gut thematisch geparzt. Ich habe den Prototypen, glaube ich, schon die Kräuterhexen genannt und das ist dann auch letztendlich so ins Spiel hineingegangen. Das ist auf jeden Fall ja immer spannend, da mal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich so aus? Was passiert denn hinter den fertigen Spielen? Wie lange brauchst du sowas? Ja, wie sind die Ideen, die Mechaniken, das Thema? Das ist ja immer ein großer Prozess. Also Wolfgang, schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns da ja starke Einblicke liefern konntest, quasi in deinem Alltag, überhaupt in deinem Werdegang. Und ich hoffe natürlich, dass du zum jetzigen Zeitpunkt mit deiner Entscheidung zufrieden bist und nicht bereut hast, dich dann ja in Richtung Spiele-Designer zu entwickeln oder schlummert da schon irgendwie wieder der Drang nach was Neuem? Wie sieht es da so aus? Fühlst du dich da noch gut zu Hause hier in dem Bereich? Oh, da lasse ich so große Einblicke in meine privaten Gedanken. Ja und nein. Also es macht immer noch Spaß, aber natürlich diese anfängliche Motivation, die man hat, wenn man ganz eine neue Arbeit beginnt, die weicht im Laufe der Zeit. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wenn man 30 Jahre lang einen tollen Job macht, dass es nach 30 Jahren immer noch so Spaß macht wie die ersten paar Jahre. Und es ist dasselbe für mich, es macht immer noch Spaß, es ist immer noch ein extrem toller Job, den ich mir gut vorstellen kann, einfach auch noch die nächsten paar Jahre zu machen. Gleichzeitig ist auch schon immer noch ein bisschen der Hintergedanke da, doch vielleicht nochmal wieder was anderes zu probieren, wenn es sich ergibt. Mir hat die Forschung auch gut gefallen, es ist immer wieder der Hintergedanke da, ob ich doch nochmal einen Schritt zurück wieder in die Forschung mache. Aber das eher einfach aus, ich sage mal, Motivationsgründen oder Spaßgründen einfach. Aktuell gefällt es mir aber noch so gut, dass ich sicherlich vorhabe, die nächsten ein, zwei Jahre da noch dran zu bleiben. Ich bin aber komplett offen, wenn es sich ergeben sollte, dass sich irgendeine andere Tür aufmacht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das jetzt dann nochmal probiere, nochmal einen kompletten Wechsel mache, wie ich war jetzt auch zwölf Jahre lang in der Krebsforschung und habe jetzt auch einen kompletten Wechsel gemacht ins Brettspielentwickeln. Genauso gut kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht in ein paar Jahren auch wieder einen Wechsel mache. Allerdings würde ich sowas wie Brettspieldesign sicherlich weiterhin als Hobby beibehalten, wie ich es eben auch vor all die Jahre hatte. Kann aber gut sein, dass ich das auch in 20 Jahren noch mache und immer noch hauptberuflich Brettspielautor bin. Keine Ahnung. Da lassen wir uns einfach mal überraschen und dann muss man natürlich in solchen Momenten einfach seinem Herz oder seinem Bauch folgen und so oder so, wie auch immer es natürlich beruflich mit dir weitergeht, wünsche ich dir alles Gute in dem, was du da tust und wir hier natürlich auch, die Zuschauer und ich auch, wir haben ja dann immer noch die tollen Spiele von dir selbst, wenn es vielleicht dann ein bisschen weniger gibt in ferner Zukunft. Ansonsten, ja, die Sachen sind ja hier immer so aufgebaut. Also ich habe meine, sage ich mal, Quacksalberkopie noch nicht so weit, dass ich schon alle Chips neu austauschen muss. Viele haben sich ja schon selbst gedruckte Upgrades und, und, und da gebastelt. Also da ist auch die Haltbarkeit um einige Jahre gestiegen letztendlich. Von daher kann ich dir nur auch viel Glück für die Zukunft wünschen an dieser Stelle und bedanke mich noch mal recht herzlich, dass ich hier mit dir das Gespräch führen konnte und würde mich jetzt auch verabschieden, wenn dir jetzt nicht noch irgendwas auf der Seele brennt, wo du sagst, Mensch, ich will jetzt noch mal Mutti grüßen oder was auch immer du schon mal sagen wolltest oder hast auch noch eine Frage an mich oder an die Zuschauer, die natürlich dann gerne in Kommentaren oder Ähnliches das beantworten können. Also sollte dir dann noch was auf der Seele brennen, gerne jetzt raus damit. Also ich habe, glaube ich, mein Leben lang noch nie irgendjemanden gegrüßt. Insofern, ich wurde noch nie gefragt, ob ich das machen will. Insofern nutze ich das sofort und sage einfach Hallo zu meiner Frau Caro und Hallo zu meinen Kindern Felix und Olivia. Die werden sich das anschauen müssen und freuen sich. Auf jeden Fall. Fragen an die Zuschauer. Fällt mir spontan nichts ein? Vielleicht einfach, keine Ahnung, wenn sie sich ein Spiel von mir wünschen könnten, in welche Richtung sollte das gehen? Soll es ein Legacy-Spiel sein? Soll es das nächste UNO sein? Soll es Erweiterung Nummer 3 für Quacksalber sein? Oder Clever hoch Vieh? Oder wie ich immer. Ja, würde mich interessieren eigentlich. Wäre interessant zu wissen, was denn da gewünscht wäre. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Gruß an die Familie. Ich glaube, die sind auch ein wichtiger Faktor, dass du überhaupt da bist, wo du jetzt bist. Und natürlich interessant. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen Einfluss vielleicht auf Wolfgang seine Entscheidung nehmen. Also schreibt doch mal in die Kommentare, was könntet ihr euch da gut vorstellen? Oder was würdet ihr vielleicht auch mal sehen, ob Wolfgang auch diese Art von Spiel kann? Schreibt also mal auf allen möglichen Kanälen, wo ihr das Video denn sieht und kommentieren könnt. Einfach mal runter. Dann an der Stelle sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.